Am 17. Juni wird sie endlich angepfiffen. Die 15. Fußball-Weltmeisterschaft. Erstmals treffen sich die besten Teams der Welt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie unbegrenzt die Möglichkeiten für unsere Elite-Kicker in den USA sein werden und wie es um Berti Vogts Nervenkostüm bestellt sein wird, erfahren Sie bei uns. Die Fußball-Weltmeisterschaft 94. Ab dem 17. Juni live und in Ihrem Ersten.